Basti, komm jetzt rein! Kann ich nicht mal langsam eine Tinder-Benachrichtigung wiederkriegen? Scheiße! Oh, die Waffe, welche Waffe ist das? STG, bei Godzilla ist es STG. Ist es STG? Ja, ja. Ja gut, dann kauf ich halt. Ohne Creator Code, weil ich bin ein egoistischer Bastard. Lass einfach zu Kingkong hier, oh Gott! Was macht der? Lass direkt zu Kingkong! Lass direkt zu Kingkong! Er schmeißt Steine! Trash! Lass versuchen, Freundschaften mit ihm zu schließen! Hast Freundschaften zu schließen? Digga, er ist ja riesig, Digga! Gigantisch! Wie kann man den jetzt übernehmen? Er guckt mich an, ich hatte keinen Augenkontakt. Er ist ein bisschen nervös geworden. Kann man den anschließen? Ah! Ah! Nein, fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Du Hund! Übernimm mal den! Bist du tot? Ah! 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 Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Wie übernimmt man ihn, Basti? Was mache ich hier? Man muss nur den Garten sammeln oder so! Scheiße! Oh! Er rennt weg! Oh! Was macht er? Als ob er sich so schnell moven kann! Ich habe viele Punkte gesammelt! Schau Baby! Karma! Karma machte John Pleite! Boah! Er ist da so gut geschehen! Hilfe! 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 Gegner! 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 Habe ich Basti? Ja! Habe ich den hinteren? Nice! Auto! Auto! Hits! Daumen auch K.O. Nice! Scheiße! Irgendwas kommt! Was ist das? Geh weg da raus! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich glaube Godzilla schießt auf dich oder so! Stein komm! Woah! Woah! Was passiert hier Basti? Ey Nara, ich kann... Wenn ich das geschafft habe, kann ich ihn übernehmen dann! Mann! Ein anderer schießt mich an du Hund! War sie tot? War sie Stein auf dich geworfen oder was? Weiß nicht! Alter, einfach Steine! Hilfe! Ich komme nicht rauf! Hilfe! Hilfe, John! Ich lieg unter dir! Oh, ist nicht an! Wieso komme ich da oben nicht rauf? Hinter uns... Oh, ist ein Gegner! Da lebt es! Was machst du denn? Digga! Ja, ob das war doch jetzt ein Kick um die Wett oder was? Ähm... Keine Ahnung! Irgendwie ist das so... Ja! Ja, alles klar! Wir machen jetzt richtig Attacke mit Flugzeug, okay? Ich weiß nicht, wie man den Scheiß fliegt, Alter! Ich weiß nicht, wie man den Scheiß fliegt, Alter! Oh, voll gerne verleihend! Oh! Wie fliegt das? Na gut! Oh! Auf die King Kong! Oh, misschwindelig! Wollen wir nicht Godzilla abschießen? Nein! Oh! 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 Ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht so effektiv, was wir machen, Basti! Nee, ich mach kaum Punkte! Nee, ich mach kaum Punkte! Naja, ich liebe so im Kopf! Scheiße! Oh! Oh! Ich hab's doch noch nie gesehen! Ich hab's doch noch nie gesehen! Achtung Stein! Oh! Oh! Das wieder closed! Der Motor massiert! Oh mein Gott! Er hat so geschrien! Oh nein! Boah! Er ist abgetaucht! Er taucht gerade, Basti! Basti! Oh! Oh! Oh, shit! Shit! Ich muss jetzt unter Wasser irgendeine Kiste holen. Sieht cool aus. Das sieht schon krass aus. Man kann sagen, wo sie da hinschießen soll zum Beispiel. Aber wo soll er denn hinschießen? Ich weiß nicht, auf Gegner. Ich hab ihn bei dir platziert. Das sieht so krass aus. Das sieht so gestört aus. Überlegen, Bruder. Er ist so schlecht, Alter! Ich weiß doch nicht, wie ich fliege, Alter. Ich weiß es doch nicht. Ich werde einfach nur noch bis zum Ende kommen und gucken, was passiert. Irgendwie eine geile Animation oder irgendwie ein finaler epischer Fight, wo sie sich nochmal abschließen. Wir sind gespannt. Es wäre eigentlich so cool, wenn die sich halt fighten würden. Das müssten die eigentlich machen. Die kommen zu uns als Lodi und so. Ei, ei, ei. Er hat mich einfach, Digger, auf der Drohne gesehen, der Kunde so. Ich hab gerade ein Wasser getrunken, dieser Wichser, Alter. Oh mein Gott, bin ich sauer. Das Auto kommt. Hab ihn, der Arme. Oh, einer läuft ja. Ne, die kämpfen nicht gegeneinander. Die kämpfen nur hier auf der Map und du kannst dich übernehmen für eine Attacke, wenn du genug Punkte gesammelt hast und das war's dann quasi. So schwer gegen eins ist es worden. Naja. Ich komm mal wieder, ich geh zum Lodi. Und es lohnt sich aber irgendwie nicht, deren Attacken zu benutzen, weil ich hab irgendwie noch keinen einzigen Kill mit deren Attacken gemacht, weißt du? Das ist halt so schwierig. Es ist auch einfach auszuweichen, den Attacken. Oh mein Gott, ich hab alle noch. Ich hab alle noch safe, glaub ich. Das ist cool aus, Alter. Oh, er ist da gefinisht. Der zählt. Nein! Mann, ich hatte Spezi-Bonus. Zu viel, Alter. D2. Ich hab ihn lobbede. Ich hab einen. Ich hab beide. Let's go, hab die Mausflasht. Oh. Hup, 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 hup. T-break. Mit dem Stein. Was hat er noch, der hier? Ich pushe, ich pushe. Adrian weg. Weeber ist geschlossen. Komm, das ist unsere Chance, Basti. Ist er da? Nein, ich go, wir haben die. Oh, der hat meinen Stein noch verloren. Oh, ich hab die Deckung. Hey! Ich zieh ihn nicht. In dem Haus. Better weak vor dir. Call, Basti. Hab einen. Noch einer, noch einer irgendwo. Hab beide. Richtig guter Call. Call Storm. Renn, 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 renn. Hinter mir, hinter mir. Auf der Brücke, auf der Brücke. Aber die müssen zu uns rufen. Einer ist groß, Basti. Ja. Cheat break. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, let's go. Wo war der andere? Auf der Brücke. Der muss zu uns rufen. Nicht zu gierig, nicht zu gierig. Zeit, 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 Basti. Kommen. Kasten, Kasten. Ja. Das kann nicht sein. Fein, Digga. Digga, wie können wir da sterben, wie man so shit? Du hast ein neues Match. Komm, gönn einmal. Gönn einmal. Gönn einmal. Bitte nicht hässlich. Bitte nicht hässlich. Wohnt in München. Ich ficke mein Leben. Und auch nicht hübsch. Och, Digga. Ende passiert eh nix. Weißt du was schon? Ja. Ja? Auf Twitter hab ich gelesen, dass wohl nix passiert. Floyd schreibt nein. Okay, gut. Basti, das war's. Dann auch. Wohnt in München.